Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das No Return Sampler Bundle von No Return Records. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundleinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. No Return Sampler von No Return Records, das Ganze am 22. November erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist, wie man auf den ersten Blick sehen kann, ein Bundle. So sieht das aus. Kommt in einer durchsichtigen Folie, in einer durchsichtigen Verpackung. Wir werden das Ganze mal hier oben aufreißen und dann den Bundleinhalt entnehmen. Das ist gar nicht so einfach, weil natürlich hier auf diesem Klebestreifen das Shirt entsprechend immer ein bisschen festgehängt ist. So, Folie kann weg. Und wir schauen mal, was wir alles in diesem Wandel haben. Also, wir haben als allererstes eine Bonus-EP, die Narben-EP. Dann haben wir das Album, beziehungsweise den Sampler an sich, den No Return Sampler. Dann haben wir hier jede Menge Sticker. Und dann haben wir hier ein Shirt mit dabei. Jawohl. Gut, nachdem der Sampler und die Bonus-EP hier noch eingeschweißt sind, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. Als erstes den Sampler. Jetzt ist die Frage, ob wir am besten vorne einschneiden oder... Ja, ich glaube, wir nehmen hier einfach eine dieser Schweißnähte. Jawohl. So, ich habe euch hier schon einige, also mittlerweile echt schon mehrere Boxen als auch Bundles vorgestellt von No Return Records. Aber es ist jetzt der erste Sampler. Und der ist eben als Bundle erschienen. Hätte ich euch gerne letzte Woche schon vorgestellt. Hat leider etwas länger gedauert, bis das Ganze bei mir war. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich in Wien wohne. Aber besser spät als nie. Schlussendlich habe ich ihn doch noch bekommen. Jawohl. Also, so sieht dann der Sampler aus, das Cover. Wir haben hier ein reguläres Toolcase. Hier oben lesen wir, No Return Records präsentiert. Und dann haben wir hier so eine Optik. Das erinnert mich ein bisschen so eine Maya- oder Inka-Stätte. Da hat man ja auch so große Steinräder oder solche Ornamente gehabt. Also, bei mir auf jeden Fall ganz klar die Assoziation zu diesem Thema. Hier lesen wir dann in der Mitte No Return Sampler 2019. Und dann haben wir hier rundherum die Interpreten aufgeführt, die auf diesem Sampler hier mitgewirkt haben. Also, wir haben hier Karfig, Akats, Raptor, Cone, Gorilla. Diese vier Herrschaften stehen hier rundherum immer wieder da. Sehr schön. Also, das sind dann auch die Hauptakteure des Samplers. Hier an der Seite in schwarz. Hier lesen wir No Return Sampler. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier 15 Stück an der Zahl. Und wir haben auf diesen 15 Tracks dann auch noch vier Features verteilt. Wir haben hier einmal auf Track Nummer 3 ein Feature von Colex. Dann haben wir hier ein Feature von Tarot auf Nummer 10 und auf Nummer 15. Also, Tarot ist zweimal dabei. Und dann haben wir noch ein Feature auf Track Nummer 13, allein auf dem Pfad mit Maldo. Hier unten haben wir dann noch die Beteiligten. Also, die einzelnen Logos. Hier unter anderem das von Karfig und von Akats. Dann haben wir rechts einen Barcode. Also, das Album, den Sampler, gibt es auch regulär. Man kann über den Shop von No Return Records, wo ich jetzt auch das Bundle bestellt habe, kann man auch die CD, den Sampler rein so bestellen. Also ohne Bundle. Aber es gibt auch meiner Meinung nach, meines Wissens nach, den Sampler über Amazon. So. So sieht das Ganze aus. Kennen wir ja schon. Dann haben wir hier einmal die Infos zu den einzelnen Tracks. Also, hier haben wir darunter, wer das Ganze produziert hat und wer den Text zu dem jeweiligen Song beigesteuert hat. Und dann haben wir hier noch die Infos. Die Credits, Arrangement, Mixing, Mastering. Also, alle relevanten Infos hier auf einen Blick. Und ich glaube, ich bin mit meiner Assoziation gar nicht so falsch gelegen. Also, das sieht auch aus wie so ein alter Tempel da. Ich gehe mal davon aus, dass das in Südamerika ist. Dort hat man ja, glaube ich, eine Menge solcher Tempel gebaut. Ja. Und auf der Rückseite gibt es dann einen Totenkopf. So. Dann machen wir das Booklet wieder rein. Und kommen zur CD, zum Sampler. Die CD in schwarz und weiß, auch hier wieder komplett in diesem Design. Wie auch das Cover, sehr schön. So sieht das aus. Und auf der Rückseite dann nochmal NRT. Also, das Logo, die drei Buchstaben von NoReturnRecords. Damit nicht genug. Wir haben die Narben-IP, die Bonus-IP. Die gab es meines Wissens wirklich nur in Kombination mit diesem Bundle zu erwerben. Hier oben lesen wir, NoReturnRecords präsentiert. Und dann haben wir hier scheinbar, das dürfte wohl ein Herz sein. Also, einfach so ein fleischig-blutiges Herz mit diversen Einschnitten. Also, dieses Herz hat zweifelsfrei Narben. Liegt hier auf so einem kleinen, ja, Podest, sagen wir mal. Auf der Rückseite haben wir dann auch wieder die Tracklist. Fünf Stück sind es geworden. Also, fünf Bonus-Tracks hier auf dieser EP drauf. Cone Gorilla, Carfic, Arcats, Raptor, Colex, Carfic, Arcats. Also, von jedem der Herrschaften gibt es dann hier auch nochmal einen Solo-Track. Und dann noch einen, wo Carfic, Arcats und Colex. Also, drei mit drauf sind. Auch hier, das finde ich schön, haben wir die Infos bezüglich Mixing und Mastering. Das fehlt mir oftmals bei EPs, aber da wurde in diesem Fall daran gedacht. So, die CD sieht so aus. Also, auch hier wieder NRT in der Mitte, No Return Records darüber und darunter lesen wir Narben-EP. Und das Ganze kommt in einer Papphülle. So, dann haben wir Sticker mit dabei. Wenn ich mich richtig erinnere, dann stand damals auf der Homepage, also beim Shop von No Return Records, fünf Siegelsticker, glaube ich, waren die bezeichnet. No Return Records, lesen wir hier. Es sind aber rein vom Gefühl her mehr geworden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Also, es sind doch mehr als doppelt so viel geworden. Es sind recht klein. Die Sticker sind kreisförmig. Wenn man die hier rauslöst aus dieser quadratischen Schablone, dann sind sie, genau, hier kann man es sehen, kreisförmig. Aber, nachdem sie klein sind, dafür hat man ja auch entsprechend mehrere. Wie gesagt, fünf waren es, glaube ich, laut Beschreibung. Ich gehe mal stark davon aus, dass Sie es damit nicht so eng sehen und dass ihr, wenn ihr das Bundle bestellen solltet, auch mehrere in eurem Bundle vorfinden werdet. Und dann haben wir noch als weiteren Bundleinhalt ein Shirt. Und dieses ist in schwarz und weiß gehalten. Hier lesen wir wieder No Return Records mit dem NRT in der Mitte. Ansonsten hier alles in schwarz gehalten. Auf der Rückseite, jawohl, haben wir einen Neckprint. Auch hier wieder die drei Buchstaben hier. N, R, T. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem B und C, exakt 190 in der Größe M. Zur Größe, die konnte man sich damals frei auswählen. Also es gibt auf der Seite, wenn man das Bundle bestellt, die Möglichkeit, die Größe entsprechend festzulegen. Ich glaube, von S bis XL oder 3XL war da alles möglich. Ich habe mich in diesem Fall natürlich wieder für M entschieden. Und wir haben es zu tun mit, wo haben wir es, 100% Baumwolle. Und das Ganze ist made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir legen das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe M. Wie gesagt, Größe entscheidet ihr. Dann haben wir diese Logo-Sticker, diese Siegel-Sticker hier. Bei mir sind es 11 Stück geworden. Die Bonus-EP in der Papphülle, die Narben-EP mit 5 Tracks. Und natürlich dem Album, dem Sampler an sich im Jewel Case mit 15 Tracks. Also inklusive der Narben-EP kommen wir dann auf 20 Tracks. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle. No-Return-Sampler von No-Return-Records. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr No-Return-Records unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.